Bewegt dich mal damit ich dich sehe Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, hier geht's hier raus, hier geht's hier raus Hallo, Gott, mach auf Ich komm zu dir, ich komm zu dir, ich komm zu dir Musik Musik Ja, Musik läuft, die Aufnahme läuft die ganze Zeit schon Und dann merke ich, warum startet denn die Aufnahme nicht? Oh, du hast dein Taschenrechner noch an Deswegen, Hallöchen, ihr und Fegen da draußen Und wir kommen heute an geschmeid... Hey, geschmeidigen Mittwoch Hey Zurück zu, sag mal, warum eskaliert denn mein Handy so Zurück zu Captive Minecraft mit diesem unfiegen Dallochrad Und wir wollten jetzt hingehen Und ja, was wollten wir eigentlich machen? Wir brauchen Dirt Dirt Also wir haben doch jetzt hier den Rosenbusch gefunden Theoretisch, wenn wir hingehen Wobei, das kriegen wir nicht mehr hin, das dauert zu lange Wir können theoretisch hingehen und versuchen Mit Mühe und Not das Gras nach oben zu kriegen Ach, da hör auf mit dem Quatsch Hallo Und wenn ich jetzt überlege, dass wir denn 200 Blöcke nach oben müssen Wird lustig Ich würde sagen, nein Warum nicht? Hier, Dalle, machen wir mit Was willst du denn? Was brauchen wir denn? Blümchen Was machst du denn da? Theoretisch könnten wir zwei Dirt hier nach unten holen Dann haben wir mehr Gras Und auch eine größere Chance auf Gedöns Weiß ich meine Oder Wozu brauchen wir die Blume überhaupt? Die Farbe Rosenbusch kannst du zu roter Farbe umändern Ja, aber Rode haben wir ja schon Ja, aber du kannst die Farben da mischen Deswegen ist diese Das Gras hier unten sehr, sehr, sehr wertvoll Sehr wertvoll Weiß, was ich meine Deswegen bauen wir das jetzt auch ein Aha, aha Tell me more Haben wir keinen Hast du noch Fackeln? Ja Ich stelle mal einen hier rein Ich habe keine Pickaxe, die hast du ja So, und dann gehen wir hier wieder raus Damit auch nichts drin steht Und dann auch hier explodiert So Jetzt werde ich sagen Was machen wir jetzt? Ich mache mir auf die Socken nach oben Weiß nicht, was du machst Die lasst du jetzt hier unten verschimmeln Ich weiß jetzt nicht mehr, wie man die Farben mischt Aber wir können eine Farbe noch machen Mit einer roten und einer gelben Blume Wir können mal gerne Also okay, das geht um orange Ja, aber das meine ich nicht Magenta, Pink Und noch was Ich werde schauen, dass ich bis zu Donnerstag Es hinbekomme Den Nether nochmal zu reseten Zu Donnerstag? Du denkst, du meinst wohl zu Freitag Ja, zu der Folge Freitag Zu Donnerstag, wo wir wieder aufnehmen Ich nehme mal Gold Ich nehme mal Gold Schaffst du es? Creeper Wie ich hier rausgeflogen bin Hallo, Dallochrat Haben wir hier den Dingens erweitert Noch in der letzten Folge Mit dem Erfolg Creeper Wie er chillt Es juckt ihn einfach nicht Creeper 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 Und ein Toad Tu das Oh Gott Bleib unten Oh Gott Dammit Oh Nü Was ist denn da los? Jeder für sich Lachen wir die in die Nase jetzt Was ist denn los? Ist doch alles gut hier Ja, der Creeper hat von alles gesprengt Ja, ja Leuchte mal aus hier Kein Wunder da hier so kaputt ist Da oben muss noch ausgeläutet werden Das spawnt alles Hier spawnt alles Oh, Dalloch Du bist so unfähig Das ist alles deine Schuld Bei mir ist alles hell Das ist alles deine Schuld Das habe ich überhaupt im Mikro an Ja, das letztes gewesen Creeper Eine stumme Folge Creeper 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 Ich baum jetzt den Block unter mir ab Jetzt kommt Beweg dich mal Damit ich dich sehe Oh Gott Oh Gott Oh Gott Hier geht es hier raus Hier geht es hier raus Da Looo Komm Mach auf Ich komme zu dir Ich komme zu dir Ich komme zu dir Die Seite ist auf Komm, komm, komm Hier ist auf Hier Nein 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 Ich habe mich zugemaßen Ich habe mich zugemaßen Oh Gott Die können von der anderen Seite kommen, ho, 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 ich hab ein halbes Herz, Dallu, ich hab ein halbes Herz, du erzählst, was ich hier getan habe, Alter, ich lebe immer noch. Ich buddel gerade ein bisschen von der Seite, oh, da ist offen. Buddel mal zu mir, helft hier, Dallu, ich muss in Sicherheit. Was machst du essen? Dies gilt, ich hab gerade das letzte Essen gegessen. Ja. Du kannst hier, Early. Komm in meinen Tunnel, wo bist du denn, beweg dich mal. Ich bin noch hier, Dallu. Komm. Komm, schnell, da kommt was. Hast du was zu essen? Wir müssen uns rausbudden. Wir bauen eine Treppe nach oben. Hast du Rotten Flash? Ich hab leider gar nicht. Warte, Rotten Flash hab ich für dich. Oh. 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 Wie ist das? Folge mir. Du musst jetzt in die andere Richtung. Wir sind doch gut oben, hier. Schnell, 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 schnell. Hier sind nur ein paar Creeper. Ah 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 ah, wo geht's denn hier, wo geht's dir hin, wo geht's dir hin? Da, wo geht's dir hin? Oh oh, bleib erstmal da, bleib da, bleib da. Bleib da. Oh 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 bleib da. Wo, wo, lass geht's nicht, ich gehör nicht drum. Es geht nirgendswo weiter. Wo ist Skelett? Ich glaube, hier muss irgendwann mal ein Creeper explodiert sein, oder so. Ist hier noch ein... Oh, dort, dort! Oh, 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 oh! Ah! Oh, 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 oh. Ah, ich gehör den Schuss, Dado! Ich gehör den Schuss, Dado! Lass mich raus, ich bin nach Hause, Mutter! Ah, ah, ah! Oh, guck mal. Spider-Man, Spider-Man! Oh, lol, guck mal, wie die da backt. Guck mal, wie sie da hängen, die Cheaterin da unten. Siehst du sie? Ja. Oh, ich bin fast runtergefahren. Oh, scheiße! Dado, ich bin nach Hause! Hier geht's nicht weiter! Ich bin zurück! Wieso geht's denn hier? Ich bin nach Hause telefonieren! Mutter! Unsere Wege sind aber auch schlecht. Was haben wir denn hier gemacht? Hier ging's raus! Oh, hier kommen sie jetzt gleich, ey, die Zoms. Ich weiß, dass ich irgendwo an der Kiste war, die wir noch nicht haben. Wie geht's dann? Hallo! Hallo! Machen wir die Wand hier auf! Und dann? Machen wir auf! Weiter! Da, den Stein da weg! Oho, jetzt bist du mir fast in den Schlag gerannt. Wo ist er? Oho, oh, oh, oh! Hackel! Hier, den Block! Ich weiß, welchen... Den Gang weiter geht! Uh, uh, uh! Uh, uh, uh! Na, wer hatte... Wer hatte den richtigen Riescher? Wer hatte... Ah! DALU! Ich an dir! Da ist noch eine Kiste. Ich habe gerade noch eine freie Geburt und das gesehen. Uh, uh! Ah, Erli! 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 Boah! Alles gut, ich leb noch. Erli, sie kommen immer mehr! Ich habe Kekse! DALU! Ich habe Kekse! Du hast alles rausgenommen aus der Kiste, oder? Ja, ich werde weggespült. Bauen wir weiter da! Warte, die Kiste kann ich abbauen. Bauen wir weiter den Gang, geradeaus. Da. Ich habe Angst. Eine Kiste. Ne, die hatten wir schon. Ich komme nicht auf, DALU! Leben wohl, Erli, boy! Leben Sie wohl! Das Wasser! Jetzt auf! Water! Ich hatte, dass das Wasser einem wegbaut, ne? Und jetzt? Bin ich draußen. Oh, ich bin voll! Ja, komm, jetzt heilen! Heilen! Heilin! Oder, hallo, hier! Komm mal hier, bau mal hier auf! Komm mal her! Seh dich nicht! Ja, hallo! Hallo! Hier rechts und links! Den Gang hier lang! Gleich ist hier im Hinterwart! Eine Kiste sehen wir da hinten doch noch! Ha! Ha! Alles gut! Wer geht's gut? Ha! 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 Wer geht's gut? Alles gut? Alles gut? Ha! Ha! Das war knapp! Lass mal raus hier! Bin mir nicht geheuer! Lass mal hoch! Lass mal hoch! Aber wir müssen auf jeden Fall hier die Gänge umzu und so halt, weiß was ich meine! Was denn? Hallo, geht vor, hab ich gehört! Kein Problem! Bis auch, dass ich mich nur ein, zwei Mal verlaufen werde! Nee, diesmal ist gut! Oh, hier ist ein Ding jetzt! Ich kann meine Pickaxe bohren! Ha! Ich hab keine Sticks! Hup! 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 So, hier finde ich... Ah, da geht's lang! Alles klar! Alles klar! Ne, oder? Na raus, hier auf der Hölle! Ich binAUSE!! Warum gehen wir eigentlich hoch? Weiß ich nicht, ich bin egal, ich bin doch nach Hause! Fliege! Spring, Ali, spring! Ich lebe! Hallo, Mutter! Hey! Shit. Oh, stop, ich bin ja echt tot. Hey, du... Ich bleibe es ernst. Oh, stop, ich doch auch! Weißt du, was? Was für Wurfe hat sich wieder hingesetzt? Oh, das Sugarcate ist gewachsen. Speichert mit 1.8 mehr XP. Weiß ich nicht. Weil sonst kriegst du da immer nur 5 Level. Bei Level 30 kriegst du 5 Level raus, normalerweise, ja. Ja, ich hatte jetzt aber alle 7 wieder, also ich hab 7 Level wiederbekommen. Hallo, wir haben genug! Dein Kopf ist falsch rum. Mir geht's gut. Sugarcane. So, wir haben jetzt genug Krams hier wieder Dann kramisier doch mal zu nem Erfolg Ja, Moment Die muss ja immer hier sortieren Die muss ja immer klarkommen So, Essen Ne Axt hatte ich doch gemacht, ne? Ex-Meer Quest What? Hm? Wortwills Was da überhaupt so Damit du halt weiß, ne? Weißt du, was ich mein? Hä? 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 Was nicht, hä? Wie bitte? Ah, sinnvoll ist jetzt War die ganze Zeit was sinnvolles Mach du mal was sinnvolles, da, Lo Was machst du mit den Kaktis? Weißt du, was ich mein, ne? So, pass mal auf, hier haben wir jetzt eine richtig schöne Farbe hier Mal hier die Blöcke abbauen Oh, ich dachte gerade Kriegen wir einen neuen Erfolg jetzt? Äh, wir müssen ein Bücherregal bauen Was will ich jetzt tun? So, jetzt muss ich hier Konzentration Weißt du, wie ich mein? Was sagt der Timer, Freund Nase? Der Timer sagt, äh, hallo Wer ist da? Wer ist da? So, ich hab's kurz überlegen Hier sind die Süppchen Was hab ich denn jetzt alles verloren unten? Viel Zu viel Auf jeden Fall die Moose weiter vermehren Dann schmecken wir mal ein bisschen Weizen rüber Du musst die Bücherregale machen Bin dabei Eins zur Zeit So, da, 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 da Ich mach' mir das auf jeden Fall den Nether Ja, den Nether müssen wir auch noch auf jeden Fall So ein Bücherregal Ich brauch' Leder Ich brauch' drei Bücher Oh, das waren ein paar vier Egal, das reicht Das heißt, ich brauch' jetzt So Und nochmal drei Early Hast du ne Hose? Ne Hose? Hab' ich eine Ja, haben wir Oder Rosenbusch, weiß ich nicht Poppy Doch, Poppy und Rosenbusch haben wir Oder jetzt pass' auf Hallo, pass' auf jetzt hier, was ich mache Uh, der Bibliothek Ja Wie haben wir letztens nochmal Lime, äh, haben wir noch Clay? Ja, mehr als genug Hier, wir wollen den Clayblock machen Und den dann brennen Weißt du, wieviel da rauskam? Einer Die ist auch nochmal einhadernde Clay in der Kiste Da brauchen wir gleich noch mehr Deswegen, wir haben gleich das nächste Ich glaub' wir kriegen jetzt Schweine Glaubst du? Hm, kann ich mir bei Rosa gut vorstellen Ja, können natürlich sein Scheiße, muss natürlich auch rausnehmen, was ich bekomme Aber Ihr Nudelt Ich würde sagen Wenn's euch gefallen hat Ihr mehr Eskalationen möchtet Schaltet morgen wieder ein Gebt einen neuen Schlau Und wir werden uns drüber freuen Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder Hier Bei mir und bei Dalu Hau da drin Bis zum nächsten Mal Mach's und Leute Tschüdelübs P1 P2 P4